Eine gute Nachricht für alle, die im Winter nicht frieren möchten. Kälte gibt es gar nicht. Zumindest nicht als physikalische Größe. Klimaanlagen zum Beispiel erzeugen keine Kälte, sie entziehen Wärme. Über den Kältemittelkreislauf transportieren sie diese dann dahin, wo die Wärme nicht stört. Sie pumpen also Wärme. Dieser ursprüngliche Nebeneffekt der Kältetechnik ist heute eine der gefragtesten Heizungstechnologien und das SHK-Handwerk der erste Ansprechpartner dafür. Das war aber nicht immer so. Die moderne Art zu heizen war in der Vergangenheit eher eine Randerscheinung und wegen ihrer technischen Natur Aufgabe der Kälte- und Klimabranche. Wärmepumpen sind Kälteanlagen, nur umgedreht. Um Wärme pumpen zu können, brauchen wir zunächst eine Quelle. Wärme strömt von allein jedoch nur von der höheren zur niedrigeren Temperatur. Um aus der Außenluft Wärme ziehen zu können, muss das Kältemittel also an dieser Stelle zwangsläufig kälter sein. Gleichzeitig muss es an anderer Stelle wärmer werden als zum Beispiel das Wasser, welches erwärmt werden soll. Diesen Temperaturunterschied erreicht man, indem das Kältemittel auf einen höheren Druck verdichtet und später wieder entspannt wird. Verdichtet man ein Gas, dann steigt nicht nur der Druck, sondern auch die Temperatur. Achtung, hier werden zwei Dinge oft miteinander verwechselt. Temperatur und Wärme sind zwei verschiedene Dinge. Wärme ist eine Menge, Temperatur ein Zustand. Wasser verdampft bei 100 Grad Celsius. Das ist zwar Allgemeinwissen, aber nicht ganz vollständig. Denn Wasser verdampft bei 100 Grad Celsius unter einem Bar Druck. Die Temperatur, bei der ein Stoff verdampft oder verflüssigt, ist abhängig vom Druck, der darauf wirkt. Senkt man den Druck, dann sinkt auch die Siede- oder Verdampfungstemperatur. Bergsteiger zum Beispiel müssen ihr Essen länger kochen, weil bei dem niedrigen Luftdruck Wasser schon bei deutlich unter 100 Grad siedet. Ein Schnellkochtopf hingegen lässt den Druck im Wasser ansteigen, sodass bei höherer Temperatur und damit schneller gekocht werden kann. Diesen Effekt nutzt der Kältekreislauf. Der Druck im flüssigen Kältemittel wird herabgesetzt, damit es unterhalb der Umgebungstemperatur verdampfen kann. Dabei nimmt es Wärme auf. Das nun gasförmige Kältemittel wird durch den Kompressor wieder auf einen höheren Druck verdichtet. Die Temperatur im Kältemittel steigt und es gibt die vorher aufgenommene Wärme wieder ab. Dabei wird es wieder flüssig und ist bereit für die nächste Runde. Damit dieser sogenannte Carnot-Prozess effizient funktioniert, wechselt das Kältemittel also zweimal pro Runde den Aggregatzustand. Aber warum eigentlich? Beim Zustandswechsel kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen bleibt die Temperatur konstant. Man spricht hier auch von einer latenten Wärmeübertragung. Zum anderen wird dabei um ein Vielfaches mehr Energie übertragen, als bei einer einfachen Erwärmung um ein paar Grad. Die Wärmepumpe kann also selbst aus der kalten Umgebungsluft noch Wärme ziehen. Dieser Vorgang hat jedoch Grenzen. Wo diese liegen, erfahrt ihr im nächsten Video. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017